Ja Leute, willkommen zu Minecraft Survival Games und ihr hört schon, der Nougat Crafter ist da und wir sind hier auf meiner Lieblingsmap in Lost Island und wie ihr schon seht, keine Facecam heute, das liegt einfach daran, weil ich heute bzw. gerade eben noch gebadet habe und ich habe nur eine Lederchest, gebadet habe und nackig hier sitze, also nicht ganz nackig. Ja, also hier schauen ja noch Kinder zu und die wollen halt nicht unbedingt jetzt den Oberkörper sehen. Vor allem hätten ihr Essen noch im Bauch behalten, also ich sag ja nur. Ja, komm mit, ich habe eine Perle, du musst da hinten. So, und was gibt es noch nichts zu sagen, Marco macht wieder mal ein Video, ich habe ihm Photoshop gekauft. Was hast du gekauft, gecrackt lassen ist mir, als ob er so nett ist, ey. Ein Schmarrn ist das. Nein, so, deswegen macht er jetzt wieder was. Ja, hallo, ich bin auch da. Ja, okay, komm, geh hier mal runter in die Schlucht hier. Die Spalte. Darunter, da ist eine Kiste drin, da gehst du hin. So. Wetten, jetzt findest du das Video ist der Equip und ich habe hier nur eine Schmarrn. Ja, Diamant-Axt-Eisenbrust-Panzer. Ernsthaft? Verarschen? Nee, komm her, wo bist du? Nee, du kommst hier hinten zur Wüste, da, wo ein bisschen Sand ist, so. Das ist keine Wüste. Warum sag ich immer Wüste? Das sind nur zwei Sachen. Ey, ich seh hier nirgends was. Lol. Ey, wo bist du? Was haust du einfach ab? Nee, ich bin doch da, Mann. Boah, ich habe auch nicht die Axt. Entscheißerst du. Doch. Aber keine Eisenbrust-Panzer, du Lappen. Lappen, ey. Ja, meine Musik und mein Ton ist anscheinend aus. Und, äh, mal zu meinen Zuschauern gesprochen, ne? Weil ich jetzt mal so frei bin. Fui bald wird abgebrochen, allgemein. Einfach jetzt mal, weil ich keinen Bock mehr hab da drauf. Marco, bleib stehen. Und natürlich, weil mein Haus gebrüft wird. Ach, das ist ein anderer Typ da unten! Ich dachte, dass du bist das! Ey, gib mir auch was. Ähm... Ja, leck mich! Ja, alles außer Brustpanz und Helm. Ja, der hatte nichts anderes. Ja, leck mich am Arsch, ne! Ich kann dir gerne noch eine Händepelle geben. Ähm... Aber sonst... Wenn du Essen brauchst, hab ich noch bisschen was. Ja, ich hab schon noch... Was war das? Bogen! Bogen! Ah, der knapp war ich nicht sterbe! Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Ja, ja. Tod. Du stirbst schon nicht, du stirbst schon nicht. Drei Herzen, drei Herzen, drei Herzen. Pass mal auf mich auf. Passt mal auf mich auf! Oh, das merke ich! Oh, ich hab einen Bogen und vier Pfeile. Hast du Pfeile? Äh, ich hab auch vier, ja. So, komm mit! Das freu ich nicht. Freu ich auch nicht. So, okay. Vier Pfeile hab ich. Jetzt! Wo bist denn du wieder hin? Hier, Alter, hinter dir so, glaub ich. Ja, lauf mal nicht so schnell weg. Ich kenn mir hier eine Map noch nicht so aus, ne? Das ist vermutlich das zweite Mal, dass ich das Spiel. Warte, falls einer von uns stirbt, ne? Ja. Dass wir die anderen Gegner finden. Hier, schau mal her. Da. Passt einer von uns stirbt. So, komm jetzt. Ich hab hier schon alles gelootet. Ja, du, ey. So. Ich hoffe, man hört man im PC nicht. Oh, oh, oh. 18 Minuten ist mal Showdown. Das ist gar nicht wirklich interessant. Doch, doch. 18 Minuten ist schon, ey. Die, die sie zu finden und sie abschließen. Das ist eindeutig zu krass. So. Hier in die Höhle gießt du nicht. Da bin ich schon sehr oft gestorben. Und... Ja, gleich mal ausprobieren. Äh. Äh. Hast du einen besseren Brustpanzer für mich? Ja, ich hatte vorhin Gold. Oh, scheiße. Ich hatte vorhin Gold. Hab ihn weggeschmissen. Nein. Hey, da unten ist ein Knopf. Nein. Lass es einfach kommen. Äh. LOL. Schau, wie gut ich bin, Alter. Hier kommt man rein. Das wusste ich vielleicht noch nicht, ne? Schau, wie gut ich bin, ne, Junge. Only the strongest one will pass. Ficker. Super gemacht, Mann. Du Hure. Geil gemacht, du Spass. Es ist offen. Ach. Und was jetzt? Nein, ich sterbe. Oh, doch nicht. Oh. Weh, du steh' ich selbst. Oh mein, dann halt. Herzlich. Oh, da liegt ein Eisenbrustpanzer. Geil. Geil. Ne, gib den mir. Ach, du brauchst den. Scheiße. Du solltest mir mal ein Essen geben. Alter. Ohne Scheiße, die verrecken hier. Sind wir hier? Ne, wir sind bestimmt da draußen. Ach, wir sind... Ey, jetzt was den... Wir sind voll gut equipped. Ja. Ja, du. Ja, wir haben einfach einen Gold weg, ne? Du hast genau das gleiche Dingens equipped wie ich. Ne. Habe ich ne Hose an? Nein. Was? Habe ich ne Hose an? Nein. Ja, du bist ja auch gay. Okay. Hast du Schuhe? Schlechte. Da. Ähm, da. Okay, den Rest kann ich eigentlich wegwerfen. Nein, egal. Oh mein, du leckst gerade weg. Es ruckelt, es ruckelt, aber es geht wieder. Ja, siehst du, das liegt an deinem Scheiß Shader installieren. Boah. Ja, ne, 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 ne. Das hat er schon wieder aufgehört. Das ist immer dann live, ja. Ich habe meine Auflösung auch ein wenig geändert. Das denke ich gerade, weil ich die halbe Achsen sehe. Ey, ich habe mich schon überlegt, ob ich jetzt mit... Äh, äh, mit 50... Äh, mit 60... Hier ist ein Steinschwert. Ja, ob ich jetzt mit 60 FPS aufnehme, aber nein, mache ich nicht. Ne, ne, ne. Geh doch nicht mit, Alter, ich bin doch hier schon. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Ich gehe die Leiter hoch. Alter. Ist mir egal, ob der Gegner kommt oder nicht. Das ist so riskant. Hey, da hinten kann man einfach rüberspringen, du Lappen. Das ist voll, überhaupt nicht weit. Ja, ich weiß schon, aber. Ich bin bestimmt jetzt vor dir da, oder? Ich will cooler sein. Okay. Ne, warte, waren wir nicht gerade hier? Oh mein Gott. So. Dann treue ich meinen ganzen Crab hier rein. Ich habe auch noch eine Enderperle. Crab. Wo bist du? Ähm, noch im Haus da oben. Äh, okay. Ach, da bist du. So, wir sind sehr gut equipped, würde ich mal behaupten. Aber wie finden wir jetzt Gegner? Ja, wir suchen ins Gegnerlauf geht's. Gegner? Ähm, okay. Ich folge dir. Gehen wir zur Mitte. Aber vorher tun wir nochmal die Kiste, die hier ist, plündern. Weil wahrscheinlich hier ist sie noch nicht geplündert worden. Und ihr müsst meinen Skill entschuldigen. Ja, ich habe lange nicht mehr Minecraft gespielt. Okay. Ja, die war noch nicht. Ähm. Hier, komm mal mit, komm mal mit. Jo. Hier müsste... Oh, fuck. Hier müsste... Alter. Leck mich nicht. Jump in one kann ich auch noch machen. Was ist das für was? Ey, du bist gültig in Minecraft. Du dürftest eigentlich nicht so verkacken wie ich. Ey, ich habe jetzt die ganze Zeit Advanced Warfare gespielt, okay? Also, ich bin jetzt... Ich bin jetzt übrigens schon Level 20. Ähm. Das interessiert keinem. Doch. Nein. Das interessiert alle. Nee, mich nicht. Ich habe das Spiel nicht. Deswegen interessiert es mich auch nicht. So. Du helfst die Karotten nicht auch. So, habe meine Pilze übergefressen. Hats, Junge. Hä, was machst du denn du jetzt? Hey, da ist eine Karotte. Es sind zwei Karotten. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gesagt, die Karotten hebst du nicht auf. Ich habe sie aufgehoben. Ja, ist egal. Ich bin eh schon durch. Äh, okay. Hallo. So, ich habe Sachen bekommen, ne? Hast du was für mich? Hose? Nee, nee, da war nur Essen und Goldschuh drin. Hose wären dann schlecht für mich. Nee, ich habe keine Hose, sorry. So, nee. Scheiße, scheiße. Ich habe vorne Lederhosen weggeschossen. Hä? Was war das? Falsch aus. Ja, ja, falsch aus. Das ist ja bei derische Leberhose. Äh, Leberhosen. Alter, jetzt bin ich mir entspackten, ey. Ich check an echt nicht, was mit dir los ist, man. Ja, ich... Keine Ahnung. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich freue mich mal wieder, Minecraft-Lead-Plays aufzunehmen. Ernsthaft jetzt. Ohne Flax. Ja, die kann nur an mir. Ja, ich... Ernsthaft. Wirklich jetzt. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur dieses Hopper-Let's-Play gemacht. Und dann noch dieses... äh... Black Ops... Digger. Hör... 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 Hey, war der geilste Gag hier in Minecraft-Survival-Game. Sie sind so voll zu erschrecken von hinten, ey. Ist der Hammer. Hör... Ja, boah, das ist auch soo schlimm, wenn du von vorne kommst und ich siehst sehe! Ja, das macht mal weg keinen Sinn, du Lappen. Ja, okay, komm, gehen wir zum Zaubertisch mal schauen. Vielleicht ist er da. Hey, leg mich im A-A-A-A-A-A-A-A-A. Aber was ich scheiße finde am Rennschnitzeserver ist, dass man die Ender Perle im Deathmatch nicht mitnehmen darf. Ach, ist echt jetzt? Ja, das finde ich ein bisschen kacke. Warum denn? Ja, ist so. Weil man sich rauspacken kann oder was? Ja, einmal das und ja. Hier ist noch eine Hose für dich. Ja, was für eine? Lederhose. Fick dich, Alter! Man! Wer braucht das? Ich brauch keine Lederhosen, Mann. Lederhosen hat doch jeder. Jeder? Ich hab gerade eine an. Wo bist du, oder? Waren wir da schon? I have bekommen Fallschaden. Ja. Bist du Yoda oder? Dein Deutschlehrer Yoda sein oder so? Was? Dein Deutschlehrer Yoda sein? Ja. Ah. Das ist klar, Waren. Du bist, äh, von dir der Deutschlehrer ist auch hier, oder? Nö, ich hab... Ops. Boah, das schick ich dem denn wieder. Alter, wow, du kriegst so auf den Sack, ne? Verweis! Ich piepste es raus, genauso wie du. Hauf ich mal. Nö, ich tu mal einen Bogenverzauber. Du solltest mir mal den Piepston schicken, den du mal gebraucht hast, ne? Den will ich auch haben. Alter, ich kann mir nur holen, der mit Verzau... Ach, das ist doch Scheiße. Du musst mir mal den Piepston schicken, äh, schicken. Ja, Dicka, hab ich gehört. Ja, dann sag was, Dicka! Mal, Dicka! Hier liegen noch Sachen für dich. Nice. Brauch ich alles nicht, außer die Goldhose. Und essen. Und essen brauchst du doch was. Alter, verarsch mich nicht. Ich verarsch dich aber gerne, Bitch. Bitch. Wie Arsch? Okay, gehen wir nochmal in die Mitte. Alter, wach, wo sind die? An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass ihr vermutlich mein neues Intro schon links bemerkt habt und ich kann schon mal sagen, danke NEO und FX. Ich finde das Intro richtig geil, dass ihr vermutlich... Ich find's scheiße. Ja, genau. Er hat sich den Marcel lieben, was er gezeigt hat in der Schule, ne? Er war einfach nur blass und hat gesagt, mein Intro ist so scheiße im Vergleich zu deinem. Blass, Alter. Ey. Das ist echt so. Ich war blass, als ich dein Intro gesehen habe. Sicherlich. Blass vor Nein, Alter. Blass vor Nein. Das musst du zurückgeben, das Intro. Musst du zurückgeben. Ich sag jetzt keine Namen, aber hör dich nicht so an, du weißt welche Person. Wie wer denn? Es. Wie, es Steffen? Ja, genau. Sag's einfach. Jawoll. Ja. Ne. Ihr habt das nicht gehört. Musst du mir zurückgeben? Ne, ich hab den versorgen. Ja, die Zuschauer checken jetzt natürlich gar nichts, ne? Super gemacht, Marcel. Es ist das Niveau endgültig gesunken, ne? Oh! Fuck you. Biatsch. Biatsch. Biatsch, ja. Alter, hack mich. Ey, jetzt sind wir nur noch zwei, äh, drei. Bin da auch einer? Einen Gegner haben wir noch. Dann nur noch wir. Ich bin mein Gegner. Was sagst du, oder? Oh shit. Oh shit. Oh oh. Du Lappen, Alter. Au, das war's dann gut. Wenn er jetzt kommt, ne, ich sterbe. Das wär nicht so geil. Aber egal. Ey, das ist aber Spaß, Mann. Ey, lass mit auf den Pfeil, ey. Ne. Du Bitch. Ich hab nur... Jetzt hab ich nur noch drei Pfeile, du Wichser. Ich... Ich hab neun. Und wir laufen grad zum Gegner, oder? Was? Wir laufen grad auf den Gegner zu, oder? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber der Kompass zackt da hin. Ja, weil ich da bin. Oh. Schack mich. Macht's Sinn. Oh ja, macht's Sinn. Ja, schack mich mit der Angst, genau. Melonen fressen. Ich lauf jetzt nur noch rein. Das macht keinen Sinn mehr zu reden, damit wir einmal die Keule verlieren, oder? Ich renne. Ich ordne jetzt, weil du mir auf den Sack gehst. Marco ordnet einfach mal. Ja, das kommt selten vor. Ich weiß. So, Axt, Bogen, Melonen, Enderperle bringen mir auch nichts. Ey, ich weh, du lügst mich. Ich hab mir Enderperle egal. Ich ist ja halt da. Ja, Enderperle bringt dir nur im Deathmatch nichts. Okay, okay. Äh, nein, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Ich hab, nee, ich will nicht, ich will nicht rennen. Ich will nicht rennen. Also, ich renne jetzt einfach von dir weg, ne? Showdown 20 Sekunden. Also, wir gehen zuerst auf ihn, oder? Äh, nee. Wie, nee? Wir machen allgemein. Ich hasse es, wenn man... Oh, fuck. Ich hasse es, wenn man mit Showdown teamt. Ah, okay. Gut, dann tun wir das mal zu ehrenhaft, wie wir sind. Aber trotzdem... Du wirst doch mal gleich auf mich gehen, hä? Nee. Hatte ich eigentlich nicht vor. Ja, denkst du, ich hatte das vor? Aber wenn du die Aufnahmen von Martin und von mir siehst, wo wir... Der Typ hat nur nen Holzschwert, aber geile Rüstung. Äh, bei mir was... Hast du was Besseres? Nicht wirklich. Okay. Hä? Wo ist da hin? Ich, ich geh, ich geh zu dem. Ich geh auf den rauf. Der hat ein verzaubertes Eisenschwert. Weck mich am Arsch. Hallo, Marcel. Fick die Bitch. Fick die Bitch! Ich weiß, es ist muschihaft, was ich hier mache, ja? Tut mir leid. An Zuschauer. WTF? 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 Aber... So ist es nun mal. Er hat gesagt allgemein. Ja, Mann! Tut mir wirklich leid. Weißt, ich kämpfe da so richtig krass gegen diesen Typen, hä. Fick den von der Seite weg und dann kommst du. Ja, aber was hätte ich denn sonst machen sollen? Warten? Du hast gesagt allgemein. So hätte ich es nun mal. Wenn ich jetzt trotzdem mal sagen, äh, gebt uns beiden doch einen Daumen nach oben. Schaut bei dem jeweils anderen vorbei, wie die Sicht ist, ähm. Kann ja sein, dass vom Marken die Aufnahme besser ist von mir. Ja, Mann, habe ich Facecam, Mann. Oh nein, mein Oberkörper ist nicht frei. Dankeschön. Ich habe keine Facecam, Mann, okay? Du hast auch keine an. Doch, ich habe eine an. Ja! Sicher. Ja, okay. Trotzdem will ich jetzt sagen, habe ich schon gesagt, gib uns einen Daumen nach oben. Abo wäre bei uns beiden auch nicht schlecht. Schaut bei Nougat Crafter vorbei. Schaut bei vom Nougat Crafter bei mir vorbei. Ich mag das so. Abonniert mich. Ey, sag mal, Werbung auf meinem Kanal, was sollen die Scheiße, ne? Okay, dann will ich jetzt mal. Also noch mal meine Zuschauer, warte mal. Schaut bei meinem lieben Shady Nerd auch vorbei. Der macht echt tolle Videos. Okay, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ciao. 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 س Zombie.